Mich treibt an, dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Kinder, für die Enkel, für die nachkommenden Generationen wirklich schützen und bewahren. Es ist ganz klar, dass wir die Klimakrise jetzt endlich energisch angehen müssen und dafür will die Bundesregierung auch den natürlichen Klimaschutz nutzen. Das heißt, wir wollen Kohlenstoff in Moore oder in Auen und in Seegraswiesen einlagern und dadurch unsere Ökosysteme stabiler machen, damit sie auch den Auswirkungen der Klimakrise besser begegnen können. Und die zweite große Herausforderung ist die Krise des Artenaussterbens. Das heißt, unsere Natur, unsere Ökosysteme besser zu schützen und für uns und für unsere Kinder zu erhalten. Und das ist ein Diskussionsprozess, in dem sich unsere Gesellschaft gegenwärtig befindet, wie wir das machen. Und deshalb steht für mich im Vordergrund, dass wir auch in dieser Debatte die Gesellschaft zusammenhalten und gemeinsam vorangehen können für die heute lebenden Generationen und für die, die nach uns kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020